Bereits vor einiger Zeit haben wir uns hier einen Vergleich zwischen verschiedenen Kurzvideoplattformen gegönnt und seitdem ist die alte Dame YouTube ebenfalls ins Game eingestiegen. Grund genug für mich der Frage nachzugehen, können die sogenannten YouTube Shorts etwas, was die anderen nicht können? Als ich die Funktion zum ersten Mal verwenden wollte, nahm der Algorithmus die Frage immerhin mit Humor. Nachdem ich mir insgesamt mehrere Stunden lang immer wieder mal ein paar Clips reingezogen habe, kann ich schon mal direkt sagen, wer hier nach wirklich besonderem Content sucht, den muss ich leider enttäuschen. Es ist zu 90% dieselbe kurzweilige Unterhaltung, wie man sie von TikTok bereits kennt. Eine Tatsache, die an sich überhaupt nicht schlimm ist, nur haben die Shorts von YouTube dadurch natürlich auch kein Alleinstellungsmerkmal. Es ist technisch wie inhaltlich 1 zu 1 TikTok. Man könnte fast glauben, dass viele Videos sogar wirklich von der chinesischen Plattform kopiert und in den Shorts neu hochgeladen wurden. Und dennoch versucht YouTube mit einem Fonds in Höhe von satten 100 Millionen US Dollar dagegen zu halten und TikTok vom Thron der 1000 Tanzvideos herunterzustoßen. Dieses Geld soll in regelmäßigen Abständen an Content Creator der YouTube Shorts ausgeschüttet werden. Allerdings dürfen dafür keine Reuploads von anderen Kanälen oder Plattformen erfolgen. Besagte 100 Millionen Dollar werden in monatlichen Beträgen zwischen 100 und 10.000 Dollar ausgezahlt. Die Kriterien zum Erhalten des Geldes sind nicht öffentlich einsehbar und können laut Angaben des Unternehmens auch variieren. Das für die Bonuszahlung erforderliche Leistungsniveau kann sich von Monat zu Monat ändern und hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel vom Standort deiner Zuschauer und dem Gesamtwachstum von Shorts. Wer genau nun also Geld vom YouTube Fonds bekommt, lässt sich nicht sagen. Die 100 Millionen von YouTube sind aber dringend nötig, um ein wenig Leben in die Bude zu bringen und an sich auch keine schlechte Idee. Doch auch wenn man nicht weiß, wer den Hauptgewinn von 10.000 Dollar mit nach Hause nimmt, weiß man immerhin, wer sie nicht bekommt. Der YouTuber Jake Fellman verdient sein Geld im Internet mit Recht, ich sage mal, eigenwilligen Animationen, die dennoch gut geklickt werden. Doch selbst die 600 Millionen Views, die er damit gemacht hat, reichen wohl nicht aus, um die 10.000 Dollar zu bekommen. Zum Vergleich, mit regulären YouTube-Videos kann man, je nach CPM, bereits bei einer Million Klicks schon gut und gerne im vierstelligen Bereich landen. Bei 600 Millionen Klicks wären das mit regulären Videos … fucking viel mehr Geld. Doch selbst wenn man kein Bonusgeld von YouTube bekommen mag, bleiben einem selbstverständlich immer noch die Werbeeinnahmen der Shorts. Der mit über 10 Millionen Abonnenten ausgestattete Charlie White legte auch mal ein paar Zahlen für einen 46-sekündigen YouTube-Shorts-Clip offen, der ihm bei fast 6 Millionen Klicks nicht mal 25 Dollar an Werbeeinnahmen eingebracht hat, trotz vollständiger Monetarisierung. Ein weiteres Short-Video brachte ihm bei über 2 Millionen Views aber immerhin ganze 21 Cent, das ist ja … Wahnsinn! Zwar gibt es durchaus YouTuber, die sich an den Shorts versuchen und dafür sogar neue Kanäle aufbauen, die Mehrheit bleibt allerdings beim klassischen YouTube, bei dem man schließlich ebenso Handy-Videos von wenigen Sekunden hochladen und dementsprechend mehr Geld durch die Monetarisierung bekommen kann, als wenn man denselben Clip als YouTube Short listet. So würde es sich aus der Perspektive von DAZN Deutschland durchaus anbieten, die YouTube Shorts zu bedienen. Nahezu täglich wird hier ein kurzes Highlight vergangener Fußballspiele verewigt und mit ironischen Titeln versehen. Selbst ohne die kompletten Fußballspiele gesehen zu haben, funktionieren ihre Videos gut und sorgen für den ein oder anderen Lacher. Doch bis auf ein gutes Dutzend ihrer knapp 2000 Videos werden sie nach wie vor als reguläre Clips hochgeladen. Auch die Klickzahlen der wenigen Shorts stechen dabei nicht sonderlich heraus. Das kann natürlich nur Zufall sein, doch da die YouTube Shorts nach aktuellem Stand keinerlei Vorteile bringen, macht es aus Sicht vieler bereits vorhandener Kanäle einfach keinen Sinn in dieses Genre zu investieren. Der riesige Erfolg von TikTok dürfte YouTube nicht gefallen haben, weswegen man mit einer eigenen Form der kurzweiligen oder besser gesagt kurzweiligsten Unterhaltung antworten wollte. Doch trotz YouTube-Fonds wird an vielen Stellen lediglich TikTok-Content zweitverwertet, um vermutlich nebst Reichweite durch die Werbeeinnahmen noch ein paar Extrakröten der YouTube Shorts abzugreifen. Wobei man bei dieser Auszahlung vielleicht lieber nicht von Kröten, sondern lediglich von Kaulquappen sprechen sollte. Die Mediathege bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender MassengeschmackTV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.